So, da sind wir wieder. Ich wollte gerade ins Level reingehen, als ich das hier noch gesehen habe, dass der auch noch nie da ist. Und da so ein Feld ist, und da dachte ich mir, nee, das kannst du nicht machen. Da mussten wir erstmal hier alles erledigen. Ähm, nicht wundern. Bei mir sehe ich das auf der Aufnahme, sehe ich das gerade nicht, wenn ich links und rechts einen Rand habe. Dann kommt das, weil das halt ein Emulator-Spiel ist und irgendwie die Grafik bzw. die Einstellung dafür ist ein bisschen komisch. Und ich habe immer bei mir so einen Rand an der Seite. Ah, schau meine an. Guck mal, ein kleines Loch. Das kleine Loch würde sich gut eignen, wenn wir dafür die kleine Tiny reinschicken würden, wenn ich da reingucken würde. Dann so. Tiny. Die kleine, die das Faust-Sekendel in Ordnung hat. vielleicht nicht von hier, aber vielleicht von hier oben. Ich kann nicht versuchen, da hinzuspringen. Eventuell könnte es klappen. Ich glaube, es klappt auch nicht. Das ist ja oft spast. was passiert wenn ich jetzt hier kann ich es da lehrte dann mache ich dann das spiel exiten oder so dass man richtig auf wieder auf Auge weg. Ich habe keine Freunde. Ich habe schon welche. Die Böde ist geschützt. So, gleich mal hier auf. Ah, die haben wir voll sauber. Aber wie ich meine verschwinderische Freundschaft scanne hier mit den ganzen Mutitionen, brauchen wir da mal genug machen. Wie gesagt, einfach nur Bananen sammeln und guck mal, was das so macht, was mir in Ruhe machen kann. Deswegen ist es für mich keine Pflicht, irgendwas zu machen. Ich könnte es auch noch mal durchzugen, aber ich habe gerade Lust dazu. Wir haben doch in letzter Zeit viel gemacht. Ich frage mich A, wo sind wir? Ok. Und B, warum sich das jetzt öffnet. Das ist Bananen, aber wie kommt man denn da hin? Gute Frage, nächste Frage. Aber wenn ich nicht weiterkomme, dann gehe ich einfach raus und gehe ins nächste Level. Und das wäre für uns ja dann das Lab 4 Level? Nee. Stimmt gar nicht. Das Pilz Level wäre das nächste. Und das machen wir jetzt einfach. Komm, ich weiß hier nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas war mit ihm. Ähm. Gut, die Tür da öffnet, aber die kann ich ja immer noch schnell schauen. Wir sind eigentlich, wir haben fast die Hälfte der ganzen Bananen. Ich glaube 200 Bananen gibt es, ne? Schauen wir mal hin. Gut, dass ... ... tut, 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 tut ... ... T mue nécessiere. Das ist genau über 200 Bananen. 001 ... 1917 ... bathtub ist ja. Und irgendwie eine Schlüssel ... ... und ein kümmern wir uns jetzt ... Ach是 da holen da oben. Hm ... Haben sich immer mal auch angerufen, ob man einen Teleporter mit komplett bassist, ... daищere anstelle jeden kümmern kann dann ab. Es müsste man einfach über die Kanone da gehen. die glaube ich war so dahinten war noch einmal überall letzte für uns aber hier ist dann nun nicht okay jetzt die palmer das x habe ich auch noch nicht kapiert vielleicht kommt da was vielleicht auch nicht ein stein darauf werfen stein drauflegen ein bisschen kaputt machen ja ich glaube mit ihm nicht so ein anderes die wir benutzen ja das haben wir auch schon jetzt war es fünf minuten verblendet um eine tür zu öffnen und uns eine banane zu holen aber naja wir gehen jetzt hier rein und schlawellen sie mal das ganze level hier durch ich werde jetzt die folgen mittlerweile ganz gut frisch halten das weiß ich produziere was für eine woche vor moment sind nur meist für eine woche vor weil ich ja noch spiel spaß und spannung dann haben und das soll auch damit erreicht werden ich vermute ganz stark dass ich die dinger mit ein boxen kann oder es war ganz unterfall wieder ich glaube ja auch der mensch bin die kanone zu benutzen auch nicht ein und das ist schwer auch 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 Warte mal, da ist ne Gitarre. Ne, 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 ne... Warte mal, war da nicht von ne... Da war's? Ah, ist die Trämpete, okay. Da noch irgendwas? Das ist jetzt ein bisschen dummig. Was kann ich für den Mufa mit dem Rennen? Oh, Moment, Moment, Moment. Ich hab was anderes. Was anderes ist gerade im Plan. Was ist, wenn wir... Schauen... Ne, warte mal, haben wir den Bosch schon besiegt? Ne, das Tor ist noch da. Ähm... Hab ich das eigentlich schon... Ich weiß nicht, hab ich das denn schon... ...fressen lassen, hier? 300 Stück, warte mal, das machen wir mal eben, gucken. Ja, für uns sind nicht viel. Können wir mal gucken, ob wir... Können's ja checken, ob wir 300 Bananen haben. ... Was kann man doch hier sehen? Ne, uns fehlen noch welche. 26 Bananen Die wollen sie schnell mit ihm holen Weil ich tippe immer ganz stark Gut, ich könnte jetzt hier so einfach durchgehen Ich würde mal gern wissen Ob ich noch eine Banane Wohl durch den Rennhasen Kann man ja auf Tag und Nacht Umschalten, das geht ja auch noch Ähm Dann ist es eine der Wo man ja auch noch viel machen kann Genau hier in dem Ding Ähm Na, dann können wir doch glaube ich hier alles einschießen Hat er die gespeichert hier eigentlich? Ne Okay So, wir haben mit der Reihenfolge Und die Weitermann hier So Nanky Ah, der ist schon Woher hat er noch da abgekriegt? Zuck Ah, schau mal eine an Die schießt uns nach oben hin, bis Ich komme dem Sache langsam näher Weil hier nämlich Wo ist jetzt die Kanone? Genau mit ich, okay Da haben wir es auch Nein Da ist was blaues Okay Blue ist Jetzt können wir uns mit Lanky-Maps schauen Dann haben wir schon die nächsten zehn Jetzt haben wir ja gesehen Dass er hier ganz viele Bananen auf den Weg geht Beziehungsweise hier den Rest daheim wo rumliegen haben Das war natürlich am Kuchen Ich bin da aber noch welche an der Leiter Wir können ja glaube ich mal alles abgehen hier, damit wir Bananen auf jeden Fall kriegen Das ist das gemeinsame Ziel Oh mein Gott, stopp doch Stopp, 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 stopp Da sind es Questcher-Spieling, Mann Weil diese Dass ich abkann, sag ich mal wir haben wir haben was sollen wir machen, sollen wir nicht, sollen wir machen, sollen wir nicht quatsch wir können den boss gegner machen bevor wir das versuchen ich war kurz gerade und wir sind uns vor wieder wenn ich in folge festen habe und dann sehen wir es ja weiter bis gleich